Hey, in der letzten beiden Videos sehe ich das Gas Station eure Baste präsent. Und die Ferne bedeutet nicht, dass ich ihn für dich voll fahre. Und wir sehen uns, was hier vom Ferner präsentiert ist. Der Räutigas reicht noch mit Bildern aus der Reine. Wenn du hier ein Pollo möchtest, dann würde ich meinen Pollo herholen. Und dort ist der Trockenegra. Sehe ich einen Tacos auf. Und dort ist er eine Ausbildung. Ist das nur ein Pollo? Ich kann es mich unter Einglisch machen. Eine Fähne drivers und so weiter mit mir, Denn nach der TräEX-LIGANN ist auf einer Rätstelle. Ich kann das natürlich auch überf vem. Ich kann das wirklich noch nicht mehr wissen.